In diesem Clip hier haben wir einen Colt gegen fünf Teamer. Die spielen alle zusammen. Die Frage ist, hat er da eine Chance? Erstmal die Ultis sehr gut eingesetzt. Zwei sind schon weg, drei sind schon weg. Und jetzt Colt auch sehr low, muss da ausweichen. Jetzt ist nur noch einer übrig. Und gegen Primo mit der Ulti und einem Schüsschen hinterher ist es gar nicht mal so schwer. War das super gespielt oder einfach nur Glück von dem Colt? Was meinst du?